Heute schauen wir uns ein Tablet von Blackview an und testen, wie gut das neue Elgato Stream Deck Mobile darauf funktioniert. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß! Blackview hatte mich mal angeschrieben, ob ich Lust hätte, ihr Tablet Mega zu testen. Und da ich für meinen Keller hier noch ein Tablet gesucht habe, dachte ich mir, wieso nicht? Und das Teil heißt nicht Mega, sondern Mega 1. Aber der Name hat mich schon abgeholt. Kommen wir jetzt erstmal zu den Stats. Für knapp 230 Euro bekommt ihr ein 530 Gramm schweres 11,5 Zoll großes Tablet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und gibt es in Himmelblau, Lila und Grau. Ich habe glaube ich Grau genommen. Was ich richtig gut finde, links und rechts gibt es jeweils zwei Lautsprecher. Ihr könnt zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine SD-Karte in den Einschub stecken. Die Frontkamera hat 13 Megapixel und die Hauptkamera 50 Megapixel. Daneben befindet sich noch ein Blitzlicht. Auf der rechten Seite habt ihr einen USB-C-Anschluss und der Einschalter ist gleichzeitig der Fingerabdrucksensor. Und der funktioniert richtig gut. Und wenn ihr das Tablet mit dem richtigen Finger anmacht, ist es sofort entsperrt. Cool, oder? Hier, ich nehme jetzt nochmal einen anderen Finger. Nicht entsperrt. Ich nehme den richtigen Finger. Entsperrt. Das Display ist ein 120 Hz IPS-Panel und wirkt ausgesprochen hell. Im Vorfeld habe ich mir das Tablet auch mal bei anderen Seiten angeguckt. Also bei so Internetseiten ohne Video. Und da haben die sogar gesagt, das ist richtig hell. Link zu diesen Seiten in der Videobeschreibung. Das Display wird angegeben mit 400 Nits Helligkeit, 178 Grad Full View und ist TÜV Low Blue Light zertifiziert. Dazu kommt noch die White Wine L1 Zertifizierung. Das heißt, Netflix, Disney Plus und Amazon Prime bekommt ihr in Full HD. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist bei Tablets. Aber anscheinend muss man das zertifizieren lassen. Weil sonst geben die wahrscheinlich ein mobiles Signal für so Geräte raus. Und dafür ist das zu groß. Als zentrale Recheneinheit ist hier der Mediatek Helio G99 verbaut. Der zwei Arm Cortex A76 Kerne mit bis zu 2,2 Gigahertz. Ich habe auch zwei Arm. Geht euch Zeit, wenn wir den Kanal löschen. Aber das ist noch nicht alles. Denn der Helio G99 hat neben den zwei Arm Cortex A76 Kernen noch sechs kleinere Arm Cortex A55 Kernen mit bis zu 2 Gigahertz. Für die Grafik kommt ein Mali G57 MC2 zum Einsatz. Und ich habe damit auch ein bisschen gespielt. Jetzt nichts Brutales, aber sowas wie Brawl Stars, Hearthstone, Magic the Gathering. Das habe ich da drauf mal gezockt und hat einfach gut funktioniert. Auch eine gute Größe für die Spiele, finde ich. Der interne Speicher hat eine Größe von 256 Gigabyte mit 8 oder 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Auf der Verpackung steht zwar 8 plus 8 Gigabyte RAM, aber die anderen 8 Gigabyte sind virtuell und die zieht er sich von dem normalen Speicher. Bepowered wird das Mega 1 von einem 8800 mAh Akku und dabei ist ein 33 Watt Ladeadapter. Also Netzteil. Und mit dem Akku soll das Teil bis zu 20 Stunden laufen und dabei ist noch WiFi und Bluetooth. Was auch noch cool ist, ihr habt direkt eine Schutzhülle dabei. Dazu ist noch ein Panzerglas auf dem Tablet, ein Ersatzpanzerglas, ein Pen, Ladeadapter und ein passendes Kabel. Das Tablet kommt mit Android 13 und Doge OS 4.0. Das heißt, es wurde noch ein bisschen optimiert und ihr habt noch ein paar Zusatzfeatures. Link zu dieser wunderschönen Website in der Videobeschreibung. Das ist aber viel, ne? Ich hoffe, das Tablet kann man einigermaßen erkennen. Ich habe das hier jetzt auf dem Tisch liegen, ein bisschen angewinkelt. Über mir ist eine Lampe und damit die Lampe sich nicht spiegelt, habe ich sie halt angewinkelt. Und wofür ich das jetzt hier im Keller verwenden wollen würde, wäre zum Beispiel, mit dem Fully Kiosk Browser könnte ich ja mein Smart Home, also mein Home Assistant hier unten laufen lassen. Das ist jetzt gerade die Benutzeroberfläche. Die wollte ich ja sowieso nochmal komplett ändern. Das aber in einem der nächsten Videos. Wir haben ja noch ein paar Sachen auf dem Plan. So sieht es gerade im Büro aus. Das ist die Energie, die ich jetzt gerade hier im Keller verwende mit dem ganzen Licht und den ganzen Computern, die an sind. Hier sieht man die Steckdosen, die eingeschaltet sind. Hier Steckdose Keller, also Lichtsteckdosen sind das. Das ist einmal Lichthintergrund und Lichtkamera Schreibtisch. Das sind dann die anderen Lichtsachen, die hier noch sind. Dann Meter Plus, das ist von Switchboard. Da ist jetzt Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Und dann habe ich jetzt hier auch nochmal den Air Queue drin mit Temperaturbüro, Druck, Formaldehyd, Luftfeuchtigkeit und solche Sachen. So, wir gehen jetzt mal zurück. Hier zum Beispiel Brawl Stars läuft da drauf ganz gut. Und an sich läuft alles super, keine größeren Aussetzer. Ich müsste vielleicht nochmal ein paar grafisch anspruchsvollere Spiele hier drauf spielen. Ja, immerhin vierter. Den Battle Pass haben wir aber noch nicht geholt. So viel spielt das jetzt auch nicht. Starten wir jetzt mal die Stream Deck App. Ganz wichtig, zu Beginn müsst ihr das Teil mit eurem Computer verbinden. Das heißt, ihr braucht quasi die Stream Deck oder das Stream Deck Programm auf eurem Computer, damit ihr das Ganze auch einrichten könnt und verbinden könnt. Ihr könnt hier verschiedene Sachen noch einstellen, was ich sehr, sehr cool finde. Also zum einen könnt ihr mehrere Seiten anlegen. Deswegen ist hier oben die 1. Und was ihr auch noch machen könnt, ist das Layout ändern. Also ihr könnt weniger Kacheln nehmen. Je nachdem, was ihr haben wollt oder halt auch mehr. Das ist jetzt das Classic. Und das XL. Das sieht dann so aus. Und dann habt ihr noch Benutzer definiert. Da könnt ihr dann, je nachdem, wie viele Knöpfe ihr braucht, könnt ihr das einstellen. Einer ist allerdings ein bisschen wenig. Ich mache jetzt mal wieder auf XL. Stelle dann nochmal ein. Genau, dynamische Ausrichtung könnt ihr einstellen. Entweder fixiert oder dynamisch, je nachdem, wer das Tablet haltet. Dann habt ihr noch das Erscheinungsbild. Dunkel, hell oder je nachdem, wie euer System eingestellt ist. Und die Faceplate, den Hintergrund könnt ihr auch noch bestimmen. Je nachdem, welche Farbe ihr da haben wollt. Oder welches Bild generell. Ihr könnt sogar noch ein eigenes hinzufügen. Ich würde da wahrscheinlich komplett Schwarzes wieder nehmen, wie ich das bei meinen ganzen Geräten habe. Also gerade, wenn ihr ein größeres Tablet habt oder so, ist das echt eine coole Sache. Kostet zwar ein bisschen was. Also ich glaube 30 Euro im Jahr oder 60 Euro einmalig. Wenn man bedenkt, was ein Streamdenk normal kostet, finde ich das gar nicht so viel. Dann habt ihr hier noch, also klar, ihr könnt damit hier die ganzen Sachen steuern. Alles das, was ihr am PC eingestellt habt. Ich kann die mit meiner OBS-Steuer an- und ausmachen. Übrigens läuft das gerade. Ich nehme gerade mit OBS das da oben auf. Und andere Sachen, wie man hier sehen kann, mit den ganzen Sachen, die man lädt. Zum Beispiel für Debitag die Datei, meine Standarddatei von Premiere. Oder wenn ich hier Photoshop mache, generelle Photoshop-Datei, Debitag Photoshop oder Cities. Cities 2 mit den beiden Screenshot-Ordnern. Also da kann man so viel mit machen. Und vor allen Dingen ist das nicht nur für Streaming was, finde ich. Ganz, ganz wichtiges Ding. Weil das hier ist jetzt zum Beispiel auch nicht an meinem Streaming-Rechner. Sondern das ist mein genereller Rechner, mit dem ich arbeite. Und wenn man hier drückt, geht am PC auch nochmal das Menü auf, wo man das Ganze einstellen kann. Und hier habe ich zum Beispiel meine Tabellen drin, meine beiden E-Mail-Postfächern. Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen aufgeräumt, ein paar Sachen weggemacht. Und ja, hiermit kann man zum Beispiel einen Screenshot machen. Und da sind dann die Screens drin. Und dann hier Steam, EA, Epic Games. Und ihr habt auch Splitscreen-Funktionen. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel euren Twitch-Chat anzeigen lassen. Und hier habt ihr dann eure Symbole. Kann man sogar verschieben. Sehr cool. Das ganz kurz zum Stream-Deck. Schreibt ganz gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wofür ich das Tablet momentan am meisten benutze, ist Readly. Da könnt ihr dann Zeitungen, Magazine lesen und sowas. Da spare ich mir immer den Kauf von irgendeiner Computerzeitschrift. Das kommt nämlich auch mal zwischendurch vor. Mit Readly mache ich das halt nicht mehr. Ist jetzt keine Produktplatzierung. Ich sehe es da nur gerade. Ja und ansonsten habt ihr hier ganz normales Android-System drauf. Und für den Preis muss ich sagen, läuft das echt gut. Oh warte, jetzt könnte ich ja theoretisch das Stream-Deck öffnen, um die Aufnahme auszumachen. Also an sich ein sehr stabiles Tablet. Das gibt es auch noch in verschiedenen Ausführungen, beziehungsweise Sets. Ihr könnt das Ganze auch noch mit einer Tastatur und mit einer Maus bekommen, weil ihr habt da drauf noch einen PC-Modus. Also dann schaltet er um und ihr könnt das Ganze mit der Maus und der Tastatur steuern. Alles klar, das war es dann soweit. Alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.